Moin moin, ich stehe jetzt vor dem Gleis 22, heute Abend, die wollen nur spielen, Teil 5, veranstaltet wie immer von Münster Bandnetz. Heute Abend mit Knetenbring, The Unexpected und We Could But We Won't. Ich weiß noch nicht genau wie es wird, nur eins weiß ich, es wird sehr sehr laut. So, ich stehe jetzt hier mit We Could But We Won't, die haben gerade ordentlich abgeliefert, war super laut. Jungs, wie fandet ihr denn das Konzert bis jetzt so? War geil, sollte ich sagen. Aber ich fand es auch wirklich geil. Ich fand es auch echt schön, wirklich. War denn das Publikum genauso wie ihr es euch vorgestellt habt, ist es gut abgegangen oder ihr meintet ihr, da geht noch was? Man hat leider überhaupt nichts vom Publikum gesehen, weil die ganze Zeit diese Lichter eingeblendet haben. Aber ich glaube, es ist während dem Konzert noch ein bisschen voller geworden. Ich war eigentlich, als ich am Ende von der Bühne gegangen bin, doch ganz zufrieden, wie viele Leute da waren. Ja, der Applaus war auch laut genug, das hat echt Spaß gemacht. Aber wie schon gesagt, man hat nicht so viel gesehen von der Bühne aus, aber war trotzdem schön. Ja, danke Jungs. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend. Ich werde ihn auf jeden Fall haben. Und ja, war ein geiles Konzert. Bis zum nächsten Mal, genau. Genau. Ja, wir haben jetzt gerade We Could But We Won't mehr als deutlich hören können. Es ist super laut da drinnen, aber das gehört ja auch dazu, das ist Punkrock, meine Damen und Herren. Ich bin mal gespannt, wie das nächste Konzert wird. Ich glaube, die Leute müssen noch ein bisschen warm werden, was so das Tanzen und Pogen angeht. Aber es scheint sich noch mehr gefüllt zu haben. Es sind noch mehr Leute hier. Ich bin mal richtig gespannt, wie das hier gleich weitergeht. Oh, ja, my brain is hanging upside down. I need something to slow me down. I need something to slow me down. I need something to slow me down. Oh, yeah, my brain is hanging upside down. Oh, 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 I need something to slow me down. Oh, danke schön. Hey, hallo Leute. Ja, jetzt habe ich gerade The Unexpected hinter mir. Unerwarteterweise ist mein Gehirn langsam ein bisschen Matsche. Es liegt unter anderem an der Lautstärke. Aber das macht überhaupt nichts, weil, wie schon eben erwähnt, das ist Punkrock. Da hinten wird sich schon immer meine Antwort lustig gemacht. Macht ja überhaupt nichts. Jetzt schauen wir uns gleich noch Knietenbring an. Da wird es noch mal ordentlich Krawall geben. Bis später. Ein Gedicht über die Liebe, in dem sich Heimut reist. Und eine Inschrift auf dem Graf scheint. Bei dem die Haftung keist. Lass es weitergehen. Lass es weitergehen. Und du fragst dich, wo wir sind. Ich sag, das ist doch ganz egal. Komm, da hinten wird es hin. Und ich merke auf einmal. Wie es mich alterbring. Wie es mich alterbring. Warum ich hier nie mal zu Hause? Warum schau ich jeden Tag lang? Ein Foto von dir in der Tasche. Und ich hör, ich komme bald nach. Da kommt es in ganz große Schritte. Die Nacht zum Tage nachher. Was viele vermuten, ich schüsse. Da ist es mein Ende der Welt. Mein Ende der Welt. Ja, mit Knittenbring haben wir dann den Abend jetzt auch abgeschlossen. Mein Fazit, es war sehr laut. Ich bin halb taub. Ich gehe jetzt nach Hause und höre sehr, sehr ruhige Musik. Bis zum nächsten Mal.